Es war Zweckis im Poho. Solokonzerte. Spass gemacht. Und die Leute haben mitgemacht. Und dann ist es passiert. Sie hat meine Musik und meinen Text gesungen. Und ich bin ausgehört. Aber sie hat mir gehofft. Und meine Fans. Das ist wie ein Film. Das musst du sehen. Das ist wie ein Film. Das ist wie ein Film. Das ist wie ein Film. Vielen Dank.